bietet jetzt noch mal an nächste session klein gruppe to go mal gucken ihr überlegt noch genau also vielleicht wenn sie interessenten gibt oder ihr sagt wir machen eine eigene gruppe ihr könnt es genauso gut dann könnt ihr in einem halben jahr hier vielleicht noch mal auftreten hey richtig stark vielleicht auch noch mal einen sonderapplaus vielleicht an den einzigen herrn in der runde genießt euren applaus noch mal hier auf dieser welt denn ihr wisst ja das bein sich wie heißt das das bein das sich zum himmel zum tanze zum tanze strengt das kommt jetzt folge von dir okay du weißt also was auf dich zukommt ja genau so tatsächlich war das ja schon so glaube ich das so vor ich weiß nicht wenigen jahrzehnten das in unserem gottesdienst ist wahrscheinlich gar nicht so gewöhnlich wäre oder vielleicht auch kritisch beäugt oder vielleicht sogar verboten werden würde das hier getanzt werden weil da machen wir uns ja vielleicht eins oh ja da gibt es kräftige nücken ja das kennen noch manche deutlich ja das kenne ich gut diese wie bitte und durfte dir nicht ja weil das ist die welt das klar macht euch nicht eins mit der welt genau das war damals schon so so auch art von theologie wo wir auch wo wir auch ein bisschen her kommen von treuen bibel lesern und trotzdem überrascht es einen wenn man treu die bibel liest und dann zu diesem ergebnis kommt lieber nicht tanzen denn diese wörtliche aufforderung zu tanzen die wiederholt sich in der bibel immer wieder also jubelt jauchzt laut ich habe zwei beispiele mitgebracht andrea kannst du ja super genau zum beispiel hier sein 149 lobt seinen namen beim tanz und spielt für ihn mit pauke und harfe oder sein 150 lobt ihn mit tanz und pauken lobt ihn mit zeiten instrumenten und flöten lasst es krachen lasst es laut werden und dann tanz dazu ich habe es ja selber versucht bei der glk klausur das krachen schief gegangen da muss ich doch was meine jüngerschaft und nachfolge betrifft noch ein paar schritte gegen glaube ich genau aber das ist so eine so aufforderung die immer wieder da ist werdet laut lasst freut euch kräftig freut euch in fünften buchmose ist es dann weitergezogen nicht nur im blick auf das tanzen sondern insgesamt feiert bitte fröhliche feste immer wieder und diese aufforderung wird auch immer wieder und regelmäßig wiederholt feiert ein fröhliches fest vor dem herrn eurem gott und befolgt daher diese vorschrift gewissenhaft dass ihr nämlich gewissenhaft ausgelassen feiert bleibt da dran wirklich das soll fröhlich werden bei diesem fest sollt ihr fröhlich sein und zusammen mit euren söhnen und töchtern euren sklaven und sklavinnen den lewitten den ausländern sowie den witwen und weisen die in euren städten wohnen feiert dieses fest sieben tage lang zur ehre des herrn also feiert da geht es einmal ums erntefest ums glaubhütten fest aber auch um passen um 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 die befreiung die befreiung des volkes israel aus der sklaverei das heißt feiert und im feiern gedenkt ihr dessen wer gott euch ist und wie er euch sieht und wie er euch wahrnimmt wer er für euch ist und das muss gefeiert werden das muss laut gefeiert werden wir hören es im alten testament immer wieder auch dass so laut gefeiert wird dass das so in weiter entfernung in weiter entfernung noch zu hören war ganz entlegen sind gebieten haben sie die laute krachende feier zum beispiel bei esra wo der tempel neu eingeweiht wurde da hat man das in der weitesten entfernung gehört wie laut die gejubelt haben und wie wie die haben es gerade lassen und es ist nicht nur im alten testament sondern das zieht sich hat durchs neue testament hindurch dass paulus das ein wichtiges anliegen ist freut euch denkt dass ich wenn euch so sieht ich muss es noch mal sagen freut euch und nochmals sage ich euch freut euch freut euch und immer wieder kommt diese aufforderung philippabrief der von äußerlich schlechten umständen geprägt ist denn er selber im gefängnis der paulus der hat dieses wort freude das ist das große wort im philippabrief 16 mal kommt das vor freude 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 und jetzt freut euch und ich sag's euch noch mal freut euch freut euch die riesen aufforderung zur freude im ganzen im ganzen alten testament und dann auch im neuen testament und das wird laut und mit ausgelassenheit und mit tanz ausgedrückt ich kenne diese deswegen wenn dann tanzen verboten wurde früher ich habe diese aufforderung nicht gefunden in der bibel so dass sagt hey tanzt ja nicht so ausgelassen oder feiert mal nicht so laut lach leise freudig im innern diese außer die die diese diese ausdrücke habe ich nicht gefunden im neunten sondern das darf äußerlich hörbar sehbar spürbar werden da da ist freude da und was heißt es jetzt für uns wir sind in unseren vier werten der letzte wert der heißt wir feiern das leben warum ist das einer von unseren vier kernwerten einer von den vier wo wir sagen das muss wirklich in unsere top form mit rein ist es einfach nur weil diese aufforderung da ist im alten testament jetzt jetzt feiert fröhliche feste oder oder warum haben wir das zu unseren zu unseren top form mit rein genommen wir feiern das leben warum ist das warum ist das uns so wichtig warum feiern wir das dem wollen wir jetzt gemeinsam auch in der predigt nachdenken und sagen was bedeutet das ganz konkret wie wollen wir das leben und was ist da der motor dafür ich möchte gerne beten jesus ich danke dir von herzen dass du da bist und wir möchten dem nachspüren dass du grund unserer freude bist und deswegen bitte ich dich dass das in diesem gottesdienst raum greift unter uns dass du selber mit einer gegenwart mit einer gnädigen zugewandten gegenwart so präsent bist unter uns und dafür öffnen wir uns dass wir dass wir erfüllt werden von freude die von dir kommt eine freude die so viel größer ist als all das was die welt uns geben kann erfülle uns mit dieser freude an dir auch jetzt in diesem gottesdienst und darum bitte ich dich dass du unsere augen öffnest auf dass wir dich sehen öffne unsere ohren dass wir dich hören öffne unser herz und unser verstand auf dass wir dich erkennen und umkehren und leben finden amen hey was waren eure schönsten feste was waren eure eure tollsten feiern an die ihr euch so erinnern könnt in eurem leben kommt da was direkt in euch was sind besonders schöne feste für euch gewesen in eurer biografie in eurer feiergeschichte hochzeit hochzeit war besonders schön wow das freut mich weil das ist nicht für alle gleich du hast die richtige auswahl an gästen getroffen vorher schon aussortiert oder trotzdem gut gefeiert genau also hochzeit es sind ja manchmal anlässe wie geburtstag hochzeit und so weiter die wir feiern und die können so la la sein oder die können mal als pflichtveranstaltung durchgeführt werden und dann gehst du nach so einem anstrengenden geburtstag du hast mega viel aufgetischt und kuchen gebacken und alles und gehst brotfertig dann ins bett und sagst ja war okay die gäste waren hoffentlich zufrieden und glücklich und die eine oder andere hochzeit ist auch schon so gelaufen schön dass es nicht immer so läuft hochzeit wann ist eine hochzeit eine schöne hochzeit wann ist ein geburtstag ein schöner geburtstag wenn du mit menschen zusammen bist die vielleicht extra wegen dir gekommen sind die irgendwie wertschätzung für dich ausdrücken die dich spüren lassen du bist ihnen wichtig und mit denen ist du einfach genießt gute zeiten zu haben einfach eine gute zeit mit menschen das sind so und das ist dann auch oft so eine entspannte entspannte küchenparty die nicht geplant ist und die bis frühmorgens vielleicht geht du hast was gar nicht geplant aber du du bist erfüllt von freude und da ist eine ausgelassene stimmung weil menschen um dich sind mit denen du es genießt zusammen zu sein und von denen du dich irgendwie wertgeschätzt fühlst das sind das sind starke partys oder feste und ich finde auch schöne feste an meine in meiner erinnerung war wo ich was wo ich was erreicht habe oder also ich kann mich an mein an mein an mein greikum das war mega die belastung in tübingen da greikum schaffe ich das überhaupt mache ich mich lächerlich indem ich durchfall oder wie wird das und so und dann diese erleichterung ganz ordentlich bestanden zu haben und das musste gefeiert werden das ist auch ein ausgelassen ich habe was erreicht und irgendwie da ist was zum abschluss gekommen ich habe ein zertifikat gekriegt wahnsinn auch das war sowas wo ich wo ich mit einer schönen feier verbinde was würde jesus sagen wenn ich ihn fragen würde was was sind deine schönsten feiern gewesen jesus er würde sagen ja das leben ist jetzt nicht zum feiern da weit gefehlt im gegenteil ihm wurde es zum vorhof gemacht dass er zu viel feiert dass er ein feierbiest ist ein fresser und weinsäufer das wurde ihm zum vorhof gemacht so einer ist es guck mal den johannes der täufer an der ist nochmal wenigstens asketisch unterwegs aber der jesus ist ein fresser und weinsäufer das war der vorhof den er den er bekommen hat dass er zu viel gefeiert hat jesus was waren deine besten feiern vielleicht würde er erzählen von von der feier mit matthäus wo er zu matthäus gesagt hat komm folgen wir nach und dann wurden all die all die kumpels von matthäus mit eingeladen all die die als nicht die den anderen das leben zu höhere gemacht haben und dann haben sie miteinander gefeiert bei matthäus vielleicht würde davon erzählen vielleicht würde von zachäus erzählen und die feier die er da bei zachäus erlebt hat vielleicht würde er auch erzählen von von diesem ersten wunder was er getan hat wie es im johannesevangelium beschrieben wird das aller aller erste wunder dass eben hochzeit gefeiert wird und die hochzeit kriegt ein problem da wurde schon zu viel getrunken und sollen wir jetzt aufhören oder nicht der eine oder andere würde sagen jetzt reicht es aber auch jetzt seid ihr schon beschwipst genug ist gut dass das ganze getränke jetzt mal ein echtes ende hat nicht zu jesus jesus macht sorgt für wein nachschub 520 liter 520 liter kurz mal neu präsentiert hier und ich würde sagen der war nicht der schlechteste im gegenteil war es sehr sehr viel besser als der der vorher schon präsentiert wurde also nicht nur quantität sondern offensichtlich auch qualität die zu so einer feier bei jesus beigetragen vielleicht würde davon erzählen und viele fragen sich viele theologen und ausschläger fragen sich was soll das jesus das ist sein erstes wunder wird noch so so bewusst unterstrichen das war sein erstes wunder da gibt es noch andere dringendere nöte als das bitteschön warum bitteschön das und ich glaube aber dass es richtig gut passt zu dem auftrag den jesus hat was sagt er von sich weswegen er gekommen ist in diese welt ich bin gekommen damit ihr das leben habt im überfluss ich bin gekommen damit ihr vollkommene freude erlebt bei mir ist großzügigkeit ich freue mich an dem wenn es dir gut geht ich freue mich wenn ich dir ein lächeln auf die lippen zaubern kann ich freue mich wenn du das leben genießen kannst in großer dankbarkeit dann geht es mir gut da freue ich mich daran deswegen bin ich gekommen auf diese erde damit du leben im überfluss hast und deswegen ist das das erste wunder das er tut wo diese fülle und diese großzügigkeit einfach so in den raum gestellt wird das ist mein ding großzügig zu beschenken ich bin gekommen damit ihr das leben im überfluss habt für einen frommen man das hat nicht der erwartung entsprochen vielleicht habe ich jetzt schon bei euch manche stirnfalten naja das ist nicht alles was es zu sagen gibt über jesus aber bitteschön das müsste man noch ergänzen mit punkt 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 wo wir quasi an diese großzügigkeit jesu schon immer ein kleines aber hin machen so und genauso die fromme elite damals die hat gesagt jesus was ist da los und sie haben sich daran geärgert sie haben sich an der art und weise des feierns von jesus geärgert und sie haben sich geärgert an noch was anderem sie haben sich geärgert an dem mit wem jesus feiert mit wem jesus feiert und diese frage die hat sie total umgetrieben was das gibt es doch nicht dass der mit denen feiert und da da kann ich diese frage der pharisäer sehr gut nachvollziehen wir tun so manchmal dass wir sagen ach die pharisäer damals das waren die hartherzigen die nichts verstanden haben naja wenn wir uns reindenken in die situation das waren ja nicht nur die alleinerziehenden mütter mit zu denen sich jesus zugewandt hat wo man vielleicht nachvollziehen kann hey da ist erbarmen da auch von uns es waren nicht nur diejenigen die an den rand gedrängt wurden von der gesellschaft die übersehen wurden die benachteiligten natürlich die auch aber es waren eben auch die bösartigen zu denen er sich gesellt hat und mit denen er gefeiert hat die bösartigen die sich daran gefreut haben wenn sie anderen das leben zur hölle gemacht haben hey mir wird es genauso gehen natürlich wird es mir total genauso gehen wie den pharisäern zu sagen was das kann doch nicht sein das darf doch nicht sein also ich weiß nicht ob du wirklich wenn du messias bist wenn du der gesandte bist das kann doch nicht sein von deiner art her nicht und dann auch noch dass du hier nicht checkst was hier vor sich geht die machen uns das Leben zur Hölle und du feierst mit denen das geht doch nicht und die haben diese Frage ganz ganz stark präsent vor dem inneren Auge und Jesus hört es spürt es und reagiert darauf und das ist genau der Grund warum er diese drei ganz bekannten Geschichten erzählt in Lukas 15 genau das ist der Grund um das zu erklären was passiert da in dir Jesus warum bitteschön warum bitteschön feierst du mit diesen bösartigen Menschen da heißt es also in Lukas 15 oft kamen Steuereintreiber und andere die als Sünder galten um Jesus um Jesus Lehren zu hören die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran dass er sich mit ihnen mit diesen verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß das ist das große Problem der macht sich eins mit denen der sitzt sich an einem Tisch mit denen der feiert mit denen das gibt es doch nicht und deshalb erzählt Jesus ihnen folgende Geschichten folgende drei Storys die immer das gleiche ausdrücken diese ganzen bekannten Geschichten von diesem von diesem Hirten der neun und der hundert Schafe hat und eines geht verloren und er geht dem nach dem einen nach und lässt alle zurück um dieses eine Schaf zu bekommen oder diese Frau die zehn besondere Münzen hat und der eine verliert sie und sie stellt den ganzen Haushalt auf den Kopf um diese eine Münze zu finden oder eben der verlorene Sohn der sein Erbe presst und den Ruf ruiniert und immer ist die Geschichte nach dem gleichen Muster erzählt und immer hat sie diese Frage die Beantwortung der Frage im Hintergrund warum bitteschön machst du das Jesus warum feierst du mit den bösartigen Menschen was ist dein Ding warum feierst du mit den bösartigen und er erzählt diese drei Geschichten das sagt ich und immer läuft es eben nach diesem Muster ab da geht was verloren und da wird was gesucht bis man es findet bis der Hirte bis der Hirte sein Schaf findet bis die Frau die Münze findet so lang wird alles auf den Kopf gestellt alles zurückgelassen was man hat um mit dieser ganzen Leidenschaft und Energie dem einer nachzugehen um es zu finden also wird gesucht ohne Ende das wird gefunden und dann wird in jeder Geschichte immer großartig und laut gefeiert wird kräftigst gefeiert beim verlorenen Sohn hört sogar der Bruder der große Bruder eben auf dem Feld draußen dass da laut ist dass da getanzt wird dass da Musik läuft dass kräftig das beste Fleisch geschlachtet wird ein junges Kalb und dass da riesig gefeiert wird was ist der Grund dafür dass Jesus mit den Zöllnern mit den Sündern mit den bösartigen Ausbeutern feiert und er erzählt diese Geschichten und dann sagt er damit dieses eine Schaf ist mir alles wert ich bin bereit die zurück zu lassen um dieses eine Schaf zu suchen ist mir so wertvoll und die eine Münze ist mir alles wert dass ich alles auf den Kopf stelle alles auf den Kopf stelle den ganzen Haushalt um diese eine Münze zu finden und der Sohn der Sohn ist es mir wert dass ich meinen Ruf verliere mein Geld verliere mein Ansehen alles verliere um nur meinen Sohn wieder in die Arme zu schließen der verloren war und er rennt ihm entgegen als er ihn sieht und herzliches Mitleid ergreift ihn heißt er er spürt es körperlich wie er diesen wo er diesen Sohn sieht von weitem und er rennt ihm entgegen der Sohn versucht seine Entschuldigungserklärung loszuwerden und zu sagen ich bin es nicht mehr wert ich bin es nicht mehr wert dein Sohn genannt zu werden aber könnte ich vielleicht als Tagelöner Arbeit kann ich dir wieder was gut machen und er unterbricht ihn und hält ihn einfach nur im Arm gibt ihm Ring Sandalen neue Kleider und setzt ihn ein als Sohn du kannst nichts gut machen du kannst nichts du bist mein Sohn warum erzählt er diese Geschichten als Antwort auf die Frage weil er sagt der Grund der Grund weswegen ich mit denen feier liegt nicht in ihnen er liegt in mir in meiner Art weil ich bin der ich bin weil ich gnädig bin weil ich die Liebe bin weil ich die Liebe bin und weil diese Menschen Wert und Würde in meinen Augen haben weswegen weil sie was erreicht haben weil sie was geschafft haben in ihrem Leben nein weil ich sie nach meinem Bild geschaffen habe ich habe sie nach meinem Bild geschaffen das verleiht ihrem Leben unendlichen Wert und deswegen bin ich bereit einen unendlich hohen Preis zu bezahlen um sie wieder zu finden und deswegen werde ich feiern mit lautem Getöse dass es Anstoß nimmt wenn ich sie wiedergefunden habe ihr Wert ist es der mich feiern lässt und dieser Wert der liegt nicht in ihrer Person sondern der liegt in denen das Schöpfer des Universums Gott selber sie zu ihrem seinem Bild geschaffen hat ich bin der Grund ich allein bin der Grund warum ich mit ihnen feier der Grund liegt in mir in meinem Wesen in meiner Art in Epheser 2 steht das nochmal mit anderen Worten auf den Punkt gebracht so diese ganz ganz wichtigen starken Worte Epheser Kapitel 2 Vers 8 und 9 weil Gott so gnädig ist hat er euch durch den Glauben gerettet er macht sich eins mit euch er verbindet sich mit euch er feiert mit euch er ist wirklich eins mit euch und das nicht aus eurem Verdienst heraus dass ihr fromm gewesen wäre gebetet hättet dass ihr irgendwas gebracht hätte diesen Gott es ist ein reines Geschenk Gottes ein reines Geschenk und es bleibt ihr werdet also auf nicht aufgrund eurer Taten gerettet damit sich niemand etwas darauf einbilden kann zweimal nicht es liegt nicht es liegt nicht an euren Verdiensten nicht an euren Werken es liegt nicht in euch drin es ist reines Geschenk den Wert den du hast in Gottes Augen den hast du weil er sich selber in dich hineingelegt hat weil du zu seinem Bild geschaffen bist und das bist du und bleibst du für immer du bist unendlich kostbar für ihn er ist bereit alles hinter sich zu lassen wie diese 99 Schafe seinen ganzen Besitz hinter sich zu lassen zu riskieren um dich zu finden er ist bereit sein Haus auf den Kopf zu stellen und alles auf den Kopf zu stellen bis, bis, bis bis er dich wieder in den Armen hat der wird nicht eher ruhen bis er dich nicht wieder in die Arme schließt und er ist bereit seinen Ruf zu reunieren Kopfschütteln auszulösen was auch immer sein Geld zu verlieren sein Besitz zu verlieren alles um dich wieder neu in die Arme zu schließen er ruht nicht eher bis er dich wieder in die Arme schließt das ist die Essenz das ist die Essenz unseres christlichen Glaubens dass es reines, pures Geschenk ist wo ich dem niemals was zurückgeben kann niemals christliche Glaube hängt nicht daran mir irgendwas zurückzuzahlen sondern es hängt an diesem Geschenk was Gott uns gibt und das haben die Jünger auch und das checken wir oft auch nicht das haben die Jünger ja lange nicht verstanden obwohl sie Tage, Wochen, Monate, Jahre mit ihm unterwegs waren und dann kommt diese Szene wo sie sagen da kommen kleine Kinder zu Jesus und sie sagen nee geht das nicht Jesus hat Wichtigeres zu tun es gibt anderes was wichtiger ist und sie sind im alten Denkmuster drin wie die Pharisäer auch haben nichts geleistet sind keine frommen Menschen und du isst mit ihnen und die Jünger kommen geht grad echt schlecht Jungs Mädels spielt woanders und Jesus wurde ärgerlich ihr versteht mein Herzschlag nicht und ihr versteht nicht wie das Reich Gottes funktioniert lasst die Kinder zu mir kommen denn ihnen gehört das Himmelreich und er kommt und nimmt sie wieder in den Arm genauso wie den verlorenen Sohn und er herzt sie wie schön ist dieses Bild er herzt sie, er nimmt sie in den Arm er drückt sie und er ist ärgerlich auf seine Jünger jetzt wart ihr monatelang mit mir unterwegs und ihr versteht nicht wie das Reich Gottes funktioniert dass das nur geschenkweise empfangen werden kann so wie ein Kind das empfängt die Jünger denken wir haben noch wichtige Themen vor uns die Rettung der Welt wäre so ein großes Projekt was wir angehen sollten wir haben echt große Themen und deswegen geht es jetzt nicht ihr Kinder sorry, ihr müsst das verstehen und er sagt ihr wisst gar nicht wie viel wert diese Kinder in meinen Augen sind und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder die so das in Empfang nehmen was ich euch geben will dann habt ihr keinen Anteil am Reich Gottes richtig scharfe scharfe Warnung ist das die mich manchmal erschreckt bis ich verstehe ja klar das ist das ist die Essenz des Reiches Gottes das ist die Essenz von Gottes Königreich dass es nur und ausschließlich empfangen werden kann von ihm geschenkweise dass nur er es ist und nur und ausschließlich und immer am Anfang und am Ende deines Lebens und in der Mitte deines Lebens immer nur geschenkweise empfangen werden kann du hast nicht anders Teil am Reich Gottes als genau so dass Gott sich dir geschenkweise zuwendet du kannst ihm niemals was zurückzahlen nie was zurückgeben das ist die Essenz des Reiches Gottes darum geht es im Reich Gottes und deswegen sagt er das so scharf dann habt ihr keinen Teil am Reich Gottes das geht um Empfangen von A bis Z von diesem zugewandten liebevollen Gott der dich wahrnimmt und sieht und mit dir geht hey wenn wir jetzt diesen Wert hier haben wir feiern das Leben dann geht es uns nicht nur darum diese diese Hinweise aus dem Alten Testament wir sollen fröhlich feiern wir sollen uns an Gott erinnern natürlich das auch aber uns geht es noch viel tiefer um unsere Identität bei diesem Wert es geht darum dass wir allen Grund haben zu feiern und zwar zu jedem Moment unseres Lebens warum wir haben gesagt was sind die besten Feste eures Lebens gewesen da wo ihr was erreicht habt vielleicht wo ihr ein Zertifikat bekommen habt wo ihr Wertschätzung und bekommt in der Gemeinschaft mit Menschen die euch lieb haben und jetzt sagt dieser Gott der sich der sich auf die Fahne geschrieben hat zu definieren was Gnade heißt der sagt genau das vermittle ich dir zu jeder Sekunde deines Lebens dass ich gnädig mich dir zuwende dass ich dir den Wert gebe den du zutiefst ersehnst dass du von mir ein Zertifikat bekommst für dein Leben du bist Tochter Gottes du bist Sohn Gottes ich gebe dir dieses Zertifikat du hast diesen Wert nicht aus deiner Leistung aber das was du dir erhoffst mit deinem Ringen um Anerkennung um Wert und was du dann feierst in diesem Leben das gebe ich dir geschenkweise jeden Tag deines Lebens und das wollen wir uns so sehr auf die Fahne schreiben das ist unsere Identität wir leben von diesem gnädigen Gott und wir feiern diesen gnädigen Gott und meine Güte das sollte sichtbar werden unter uns deswegen erinnern wir uns daran immer wieder neu das ist unser Kern einer unserer Kernwerte wir feiern diesen gnädigen Gott der uns sich zugewandt hat und deswegen wollen wir Menschen sein die befreit leben weil sie wissen mir ist meine ganze Schuld vergeben ich habe nichts mehr was mich belastet die von Hoffnung leben und das kann sich in Gesprächen zeigen dass man Mäuschen spielen kann in unseren Unterhaltungen und dass immer wenn wir dabei sind dieses Mäuschen entdeckt da ist eine Person zumindest dabei die lässt sich von diesem Strudel nicht anstecken von Depression und Hoffnungslosigkeit und Bitterkeit die trägt was anderes in sich die trägt eine Hoffnung in sich die trägt Gnade in sich die fühlt sich wertgeschätzt nicht aus sich sondern aus dem was auf sie zukommt wir müssen es wenn wir so Menschen wären wo man ständig Mäuschen spielen kann in jeder Unterhaltung in der wir unterwegs sind und wir immer Hoffnung reingeben und als befreite Hoffnungsmensch leben können das heißt für uns ganz konkret wir feiern das Leben auch weil wir gute Gastgeber sind weil wir uns wünschen dass das in unserer Art sichtbar wird hey bei Gott hast du einen Platz ich habe einen Platz gefunden ich habe den nicht gesucht er hat ihn mir einfach angeboten und so biete ich dir das jetzt auch an wir möchten gerne schöne Feste feiern und gute Gastgeber sein und ihr seid da so großartig drin und das ist aber die Motivation die dahinter steckt du hast einen Platz bei uns weil du einen Platz bei Gott hast ich habe ihn schon gefunden komm mit mir mit und wir wollen wir wollen so auch das Leben feiern indem wir in all dem den Schöpfer den Liebhaber des Lebens entdecken auch in der Schöpfung in der Kreativität die wir vor Augen haben nehmen wir das dankbar von ihm der der Geber allen Guten ist versteht ihr deswegen ist es nicht einfach nur noch ein vierter Satz dahin geschwommen sondern das ist Kern unserer Identität auch wir leben von einem Gott der uns beschenkt und wir möchten es wahrnehmen wir möchten so unsere Identität wachhalten als Menschen die von Gnade leben das möchten wir wachhalten und so möchten wir unterwegs sein es gibt Grund zu feiern wir feiern das Leben das heißt auch da erweitere ich das Spektrum bewusst wir feiern das Leben heißt für mich auch so was wie zelebrieren das Leben in jeder Situation wir leben es voll aus und da gehört dann tatsächlich auch mit dazu dass wir auch mit den weinenden weinen dass wir die Abivalenzen des Lebens aushalten und da mitgehen ohne Abkürzungen und dass wir auch darin den zugewandten Gott entdecken wollen in dem wo wir ihn komplett nicht verstehen in dem wo wir ihn feiern durch das was uns Gutes tut wo wir Gnade und Barmherzigkeit erleben wo wir Schöpfung erleben Kreativität und in dem wo er uns irritiert wo wir ihn nicht verstehen das heißt für mich das gehört zu diesem Wert für mich dazu auch mit den weinenden zu feiern das ganze Leben ganz zu leben aber wir haben da Grund dafür wir haben Grund das Leben zu feiern denn wir leben von einem Gott der sich dir zuwendet heute und jetzt er sagt ich weiche nicht von deiner Seite ich habe einen hohen Preis für dich bezahlt und deswegen werde ich nicht aufhören jetzt ich habe mein Leben gegeben für dich und ich werde dich zum Ziel bringen und werde an deiner Seite bleiben ich habe dich im Auge du bist wertgeachtet bei mir wir möchten das gerne feiern jetzt im Abend nochmal dieser Zuspruch dieses Dasein des gnädigen Gottes Abendmahl feiern sagt man ja auch gleichzeitig erlebe ich Abendmahl oft auch nicht jetzt als eine ausgelassene Feier also ich stelle mir bei Feiern auch manchmal was anderes vor als die Stimmung des Abendmahls und ich finde die tatsächlich meistens für mich sehr sehr angemessen dass es für mich weil beim Abendmahl zum Abendmahl gehört für mich dazu dass ich dessen gedenke was Jesus für mich getan hat am Kreuz was er bereit war für einen hohen Preis zu bezahlen und es löst in mir Betroffenheit aus und es löst dankbare Demut aus und da ist jetzt für mich jetzt ausgelassenes Tanzen für mich meistens nicht der richtige Ausdruck dafür und gleichzeitig ist es eben nicht der einzige Aspekt des Abendmahls sondern es gibt ganz unterschiedliche Aspekte weswegen Jesus das Abendmahl einführt zum Beispiel auch als schon mal als Vorgeschmack für die Feier die kommen wird wenn derjenige der der größte Feiermensch überhaupt ist uns zu seinem Fest einlädt wenn wir Hochzeit feiern mit ihm und wenn da im Alten Testament das beschrieben ist mit dem fettesten Fleisch und dem besten Wein und alles und das wird gefeiert ohne Ende in seiner neuen Welt darauf gehen wir zu nochmal haben wir eben auch diesen Aspekt drin das wird kommen das wird kommen du hast jetzt schon einen Vorgeschmack auf diese intensive Begegnung mit mir du solltest schon mal schmecken so real wie du jetzt gleich das Brot schmeckst und so real wie du den Wein in deiner Kehle spürst oder den Saft in unserem Fall so real wird das kommen für dich so klar ist das dass du an meinem Tisch an meinem Festmaßtisch in meiner neuen Welt einen Platz hast und wir miteinander feiern werden und ich bring dich zu diesem Ort und ich bring dich da durch ich zieh das durch und deswegen hast du Grund zu feiern ich lese die Einsetzungsworte gleich in Lukas 22 als es soweit nahe war nahm Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz Jesus sagte ich habe mich sehr danach gesehnt dieses Passama mit euch zu feiern bevor mein Leiden beginnt denn ich sage euch jetzt ich werde es nicht wieder essen bis es sich im Reich Gottes erfüllt dann aber schon dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten dies ist mein Leib der für euch gegeben wird tut das zur Erinnerung an mich nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes ein Bund der mit meinem Blut besiegelt wird das wird das ich für euch vergießen werde Jesus ich danke dir für deine ganze ganze Hingabe an mich und an jeden hier im Raum von Herzen danke ich dir dafür dass wir dir alles wert sind dass es dein Herzens Anliegen ist uns zu vermitteln wie viel wert wir sind in deinen Augen und dass daraus ein überfließend dankbares und fröhliches Leben quält von dir gesehen zu sein wertgeschätzt zu sein und wir gehen darauf zu mit dir eines Tages wirklich zu feiern in deiner neuen Welt und das wird so herrlich werden ich freue mich da drauf Jesus ich seh mich auch danach ich sag Jesus komm bitte bald bitte komm bald aber bis dahin wollen wir wollen wir in Gemeinschaft mit dir auf unsichtbare Weise leben und möchten von dir so in den Arm genommen werden wie du den Sohn im Arm genommen hast oder wie du die Kinder geherzt hast und dort zu Hause sein auch jetzt hier im Abendmahl ich danke dir dafür dass du Brot und Wein uns gibst segne du das auch die Zeit jetzt im Lob reist dass wir dir durch Lieder und durch Abendmahl durch Segnungszeit dass wir dir begegnen und deine Umarmung spüren Amen das ist das